Das ist nur ein kurzer zwei Stunden... Hellenflug! Das ist ein Hellenflug. Das ist ein gottverdammter Todestrip. Jetzt hör mal bitte. Die 85er Bengals-Tour war ein Todestrip. Susanna Horfs hat nicht mal mit ihrer Mutter gesprochen. Ich muss kutzen. Was, wenn sie mich passt? Die Soldat, die werden mich umbringen. Willst du meine Luft? Ich geb sie dir. Nein, ich will nur nach Hause. Ich glaube an dich. Er glaubt an dich. Oh mein Gott! Du solltest mal sehen, wie er dich anhimmelt, wenn du schläfst. Auf damit sofort! Sie trägt keine Unterwäsche. Du Idiot! Genau das denkt er. Du Idiot! Alles nur Rock'n'Roll, Baby. Raus aus den Federn, Goldkehlchen! Die Kleine ist weg. Was ist mit der Show? Ich sag mal, die Show muss weitergehen.